und da sind wir auch wieder ich habe es wurde wiederbelebt und habe es sogar in den spawn raum geschafft ist unfassbar ich habe noch mal keinen plan wie hier je fuß fassen soll so wie das hier läuft ja ja schießt du nur wer kann ich denn rausschießen komm treffe ich da jemanden nein natürlich treffe ich keinen und ach da ist jetzt so nach da habe ich nicht na komm 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 ja da habe ich hier was verpasst jetzt hast du angst jetzt hast du angst aber das wird kein mehr her na ich habe noch zwei schuss jetzt da ist auch noch die max einheit ich habe nachgeladen ja geh du mal da hoch mit der max was denn hier los da sitzen sie alle hinter den sunny hätte ich erledigen müssen nicht hier diese chinesische max einheit und wir sind schon wieder hier unten schon wieder punkt a versucht zu erobern war das so rüber rennen war gar nicht so schlecht ach da haben wir einen erwischt und eine granate reingeschmissen und bonus kill ja wo kommst du denn her hier kuppe ach und die ist auch noch eine granate das war es nicht so ach die haben schon wieder hier punkt a ja vorsichtig ach da sitzen sie in einer ecke habe ich auch nicht gesehen und das haben die auch noch den sunny down gemacht ne ist nicht gut da kommt ein gegner schon da kommt ein gegner schon da irgendwo ein gegner schon und wo aus kam das denn ach da war ein feindlicher lightning ja so wir müssen jetzt hier zu punkt a punkt a punkt a ist sehr wahrscheinlich dahinter na so ich habe ich und da bleibt der nächste den anderen ab na wir haben uns gegenseitig getötet so ich wollte noch danke sagen da werden wir noch mal geheilt da werden wir noch mal geheilt na wer von man mit dem leiter um ecke das sieht hier ganz schlecht aus na komm ich habe ich und er mich ach jetzt werden wir heberrand das wird wieder so gut wie neu sein also ich bin hier in diesem spot ich muss da hin und den gegenangriff abwehren ja dann und das hier zurück da habe ich dich gesehen und du wolltest auf mich warten na ja ich habe dich gesehen und da wisch das nicht von hinten macht aber nichts ich habe noch eine rakete abgeschossen das zählt also wir gucken mal hier oben auf dem dach was hier los ist sorry 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 das sieht alles scheiß aus hier jawohl dem stimme ich zu vor allem das haben die schon alles gehackt hier ach das ist dann haben wir erstmal nach hier unsere schilder funktion ach und ich muss aufpassen dass ich immer die eigenen jungs abkomme den darf ich abkomme der gehört nicht zu mir ach was soll er denn sniper komm wir versuchen es auch nochmal als sniper er 450 snip das sieht ganz schlecht aus das sieht ganz schlecht aus glaube ich na da haben wir uns euch Meter weg부�fer weg 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 auf hau ist väler Ach, na, das sollte nicht sein. Ja, das sieht scheiße aus. Wir spawnen hier. Und dann auf zu Punkt A. Sehen wir zu, dass wir rein können. Da kommen sie alle um die Ecke gerannt. Na. Ist ja noch da. Na, aber hier ist noch ein Killer, das ist dann gekriegt. Wiederbelebt werde ich nicht. Hm, schon da. Ach, jetzt rennt er mir auch noch in die Schussbahn hier rein. Das gibt's doch nicht. Ich guck mal, wie viel... Das ist schon ganz nett. Aber ich weiß... Ach, guck mal. Da stehen sie mit ihren Leitnings. Und da werden wir wieder weg. Was machen wir denn mit den 100 Punkten? Hm. Was machen wir denn mit den 100 Punkten? Das sieht hier ganz schlecht aus. Ach, der hinter mir war ja auch noch in irgendeinem ATV. Oh. Na. Du überfährst mich nicht. Dafür knallt mich der andere ab. Wir könnten noch mal eine Runde-Lightning-Action machen hier. Obwohl... Ich bin ja überlegen, ob ich einfach hier einen Sandy entstelle. Da so. Da so. Da so. Komm. Ja, und wir sind... Sandy. Jetzt ist die Frage... Hm. Wo ist denn hier das? Da? Da? Äh. Macht keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Hm. Hm. Ich sollte da oben hingehen. Und so viel Sandy ist wieder jetzt rumluckeln. Wir sollten uns lieber ein Lightning holen. Unter Zuständen. Na ja, und gucken, dass wir da ein paar... Und weg, 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 weg. Ja. Das läuft. So. Wir spawnen dann nochmal. Und zwar als Sniper und holen die da oben vom Berg runter. Kann ich das machen? Sicher kann ich das. Oh, wir schlagen sie in die Flucht. Das hört sich doch immer positiv an. Also. Ach, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich treffe keinen Einzelnen. Und dafür trifft mich der Lightning. Ach. Da oben sind sie auch schon. Der jagt den. Unseren Squad Leader. Das ist auch schön. Der freut sich bestimmt auch. So. Wir gucken mal. Wo wir uns verstecken können. Naja. Naja. Na, komm schon. Zeiglich. Bringt das überhaupt bei der Wechseln etwas? Lightning. Die sind schon. Gefühlt sind die hier schon alle drin. Ich hab' ich auch. Ich hab' ich auch. Ich hab' 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 ich hab Da hüpfen sie auch alle schon hoch Und da hat der Lightning nichts gesehen Der Main Tower von ihm war auch schon Und wir müssen hier punkte noch eins Ah holen Kommt Kommt schon Da steht er mit seinem Geschütz Und melde mich um Komm Und hier aus Zu Punkt A Geht eh nicht mehr So Hier rein Das ist schon mal gut Das sieht auch schon nicht schlecht aus hier Ach Verlebt mich doch wieder Nein Geht nicht Hab der Punkt A jetzt erobert Ach Was war das denn noch Jetzt eine Handgranate Lecomio Ich könnte nochmal an hier vorne rennen Und versuche noch jemanden zu heilen Aber wir versuchen es mal von hier aus Versuchen es von hier aus Da rein So Dann müssen wir gucken Woher müssen wir zu Punkt A Da Und da haben wir schon mal So Wo sind die Gegner Da Alle raus Den bedienen Erstmal hier Tag Ja Was ich gerade sehe Wir sind schon wieder am Ende einer Folge Die letzte Mal in einer halben Stunde Mache ich ja mit dem lieben Set sonst auch immer Jetzt läuft es auch gerade wieder gut bei uns Das heißt wir stürmen mit nach vorne Ins Kampfgetümpel hier Oh, hier dich wieder belebe ich erstmal Kamerad Kommt Oh, oh, oh Wer, wer, wer hat das denn hier Wo wollen wir denn jetzt hin hier Hier mach ich erstmal Nehmen wir hier mal unseren Kamerad Ach Da werde ich direkt weggesnipert Ich erwische es, ne Das war ja klar Da hat jemand meine Taktik angewandt Aber wir wollen lieber dahin So Und dann Wollen wir den hier erstmal im Leben halten Und dann holen wir die Max-Inhalt wieder Weil die Max-Inhalt wichtig, wichtig, wichtig Komm, ich hole dich nochmal wieder Jawohl Und dann da holst du uns selbst weg Und wieder mit einer Handgranate, ne Gibt es da noch ein paar mehr Sannis Dann könnt ihr mich auch wiederbeleben Aber die wollen alle viel lieber schießen Und Max-Inhalt, ich bin unterwegs Setzen wir mal lieber hier einen Punkt hin Na komm Nachher doch nicht vorne an die Front Ja Komm Sanitäter brauchen wir immer Ach Und schon wieder tot hier Komm Ach und dass die immer gleich direkt wegrennen müssen Ich versuch doch da nicht Verzweifelt auf diesen neuen Berg zu kommen An dieser Seite kommt er da eh so nicht hoch Komm Wir begeben uns lieber zum nächsten Punkt hier Und der wäre Nämlich da 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 gehen wir jetzt mit hin Ah Hier auf den Berg Lasst doch hier unseren Jägern über Na Lass mich doch durch Na Wo müsste ich hier durch Oh Oh Na Na Komm Dich wiederbelebt So. Ich setze ich hier. Na? Das sollte es eine von meinen. Aua, aua. Hier, Kumpel. Geh immer mit ihren Handgranaten. Wir müssen da hin. Das gibt es ja nicht. So, Kumpel. Ach, da hat er mich gesehen. Aber, das scheint wieder zu laufen. So, wir gehen hier nochmal rein. Wir gehen hier in die letzte Runde. Ne? Hast du ihn erwischt? Hast du ihn? Das ist gut. Gut. Gut, Kutsch. Das ist super. Mit Leben will ich immer. Na, komm. Dich hol ich wieder. Komm. Wieder überleben. Oh. Ach, von da oben. Ja. Das, ähm. Muss man auch erstmal wissen, dass da oben einer sitzt. Und da reißt es mich direkt nieder. Und meine anderen Kameraden? Nein. Doch. Na. Lebt da noch einer? Dann heil mich. Interessanter Helm. Na, kommt schon. Punkt A haben wir ja. Punkt A haben wir. Hello, can someone hear me? Please answer if you can. Thank you. Hm. Ah. Nicht. Ich kriege dich nicht. Hm, 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 hm. Jo. Wir versuchen uns nochmal hier rum. Da will ich jetzt nochmal mitfahren. Dank you. No, 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 no. Ach. Werden wir direkt erschossen. Mit dem Messer. Gemessert. Aha. Mhm, hm, 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 hm. Ja, komm. Den Spot holen wir uns noch. Da. Das team jetzt noch durch. Das sind noch ein paar Sekunden. Ja. Boah. Lassen wir uns hier mal im Signal-Ding hin. Und wir sind wieder tot. Na. Das. Warte. Da will ich spawnen. Da will ich spawnen. Ne. Genau, hier durch. So. Ein paar Sekunden noch. Dann gehört uns der Punkt hier auch wieder. Und dann würde ich sagen, werden wir mal die Folge. So. Wieder hier in unsere Lieblingsecke. Jetzt erstmal hier so ein Heilling. da oben gucken. Ne. Das ist unser Punkt. Sehr schön. Zerschießen wir noch das Geschütz. Oder auch nicht. So. So. Und der Punkt gehört uns. Und da können wir noch ein paar Leute retten. Der klebt da so halb. Ja. Einmal in Stein rein. Auch gut. Ja. Die meisten sind schon gerettet. Na. Sicherlich noch. Gibt's hier noch zu tun. Das Geschütz ist auch schon fertig. So. Gucken wir mal. Ja. Und jetzt geht's auf zum Violab. Aber. Für uns heute nicht mehr. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und danke fürs einschalten. Und. Ähm. Ja. Wir sehen uns. Dann hoffentlich demnächst wieder in einem Together. Wieder mit dem Setrun. Und ich hoffe dass ich dann meine Aufnahme nicht versammle. Und. In dem Sinne. Noch einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag. Je nachdem wann ihr's guckt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.